Hehehe, ist sofort fertig. Miau. Kinzi denkt auch, wir haben die Zeit gepachtet. Warum hat die uns nicht sofort hierher geschickt? Keine Ahnung. Schneller. Ja, komm. Okay, ihr habt zugewollt. Da-da-da-dam. Da-da-da-dam. Da-da-da-da-dam. Blöde Leiche. Hier liegt Toilettenpapier auf dem Boden. Das ist meins, Finger weg. Ist sie immer scheißen, oder was? Ja, klar. Okay. Boah, das ist un... Johnny, was machst du hier? Komm mal mit. Da-da-da-da-dam. Boah. Hä? Was? Warum? Ich möchte das nicht. Ich will spielen. Besser. Hä? Hehehe. Moment, die Musik ist saulaut bei mir, bei dir auch? Nee, irgendwie nicht. Wer ist da? Was? 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 Da oben ist was? Ah, auf mich wird geschossen. Wollen wir das auch, wenn die anders kaputt machen? Ich nehm die dazu können. Oh. Oh. Okay. Wow, direkt hier oben. Ich habe es gefunden. Und es ist auf. Hm. Wow, eine Maus. All hail to me. Als hätte ich den ganzen Tag nichts zu tun, als rum zu rennen. Lass mich lieber noch ein bisschen die Superkräfte benutzen. Baum, 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 baum. Habs Raumschiff kaputt gemacht. Ich bin auf der zweiten. Oder sowas. Das ist hinterhältig. All right, beide Akzesspunkte sind online. Wie sieht der Download aus? Jetzt dann. Wenn du den kaputt machst damit, dann töd ich dich. Oli. Mach ihn kalt. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Hier ist er. Sid, ich rette dich. Ah, das war Feuer. Au. Ich habe. Okay, wir sind gut. Wir sind gut. Ich habe die Verbindung auf die Verbindung ein bisschen. So, es sollte jetzt viel mehr stabil sein. Ach. Ich mache mich nie wieder kalt. Yay, drei Minuten. Wieso brennst du? Hör auf damit. Dankeschön. Gegner. Wo? Was? Bam, bam, bam. Ihr schon wieder? Bam, bam, bam. Frisst das? Fuck, was die auswirken. Au. Ich bin man in black. Oh. Ich bin Pete. Ach so, das bist du. Ah, da bist du Gegner. Hallo. Äh, lol. Der kriecht dir hinterher, Oli. Ah. Ey, was ist mit dem hier? Wau, 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 wau. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Was los? Uuuh. Alter, guck mal, was ich hab, ey. Boah, das ist geil. Wui. Uh, was es dafür wohl für schöne Skins gibt? Ich glaub, das ist nur eine zum Aufheben und nicht zum Haben. Meinst du? Oh, 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 oh my god, das ist ja halt so viel. Was? Tja, das ist ja halt so viel. Weiter, das ist ja halt so viel. Das ist auch mit 21. 74. Ich dachte, du wärst ein Gegner. Ja. Ich bin schon bereit. Was ist jetzt? Ähm, alter, das ist ja... haben. Was ist das? Auch eine Laser-Kanone. So, erst mal Munition. Na, sieh zu rüsten, da geht's dir. Eine Minute noch. Na? So sieht ein echter Mensch aus. Moment. Boah, die Waffe ist geil, ey. Ah, hier gibt's ein bisschen was für einen Peter zu tun. Hässliche Alien-Waffen, ey. Echt, na dann. Achso, du schon wieder. Das ging schnell. Was ist denn das? Wo ist was? Na, deine Waffe. Die gleiche? Ja, warum? Achso, weil da sah gerade so aus, als ob da so ein dicker, dicker Schuss rauskam. Ne, ne, das war das hier. Achso. Oh, hey. Wie funktioniert das für dich? Au. Du Arschloch. Kommen. Ja. Okay. Ich habe ne Alien-Waffe, kommen mir nicht zu nah. Au, ist klar. Immer auf den Peter. jetzt habe ich meine tolle waffe verloren ich schaffe das wie ich habe mich zu schlagen jo haben wir gemacht haben wir gut gemacht na wie geht's was macht ihr die chinese ich wollte das gerade ausprobieren wie wäre es mit f2 drücken ja willst du was trinken lass mal lass mal damit beispiele genau wer es rüber was du hast die flasche dem boden gehabt erwarte hier hatte die nein ich habe was anderes gehabt moment das fahrzeug muss kurz weg so ollie wir haben problem was sind sie dir mal die flasche hier rein die will nicht aus dem boden rauskommen alter wie ich die flasche fertig mache ich habe ich habe die alle knochen zusammen hotdog werfen oh ja oder auch nicht und ooooh homerun hast du den echt bekommen ach guck mal jetzt können wir was mit den kugeln machen auja endlich bei werfen au auja auto hin und her werfen das ist noch besser okay stirb boah ich habe hier sogar ein brennendes hilfe oh gott moment was macht denn eigentlich meine lieblingsflasche hier ich liebe diese flasche versuch du mal die flasche hier zu werfen das macht fahr'n das macht fahr'n die chinesen element kraft besatzungsmitglied sind um die kinesen achte die chinesen hat auch noch verschiedene lernse nach aber hallo und der dritte ist es ihnen schon immer ist gedreht jähr und siehe die waffe der schlägergewehr das finde ich nett das finde ich nett da ist die Maschine sagt will ich alles gut ich will zum waffenladen ich will erst mal die chinesen abgrain gute idee ah schuldigung ich drücke immer das was kann man denn die chinesen lädt schneller wieder auf nehme ich doch mit ollie woher habe ich die ganze kohle weiß es nicht ich habe auf einmal 319.000 lol habe ich irgendwie genki getötet also ich gucke mir aber alles für die chinesen wir haben ja genug von dem zeug wir haben ja fleißig gesammelt aufladen 2 ja das muss schön aufladen hier oh wurfweite blitz und lebensraub gibt es noch als elemente für telekinese moment elemente ah cool oh ich habe bargeld bekommen lol ich habe 155.000 wie sagst du so viel ich weiß nicht vielleicht habe ich irgendwie aus versehen professor genki getötet gehabt vielleicht tratte der irgendwo rum lol weil als ich vorhin im waffenladen war hatte ich es noch nicht komisch ich finde es gut endlich habe ich auch mal ein bisschen gold äh gold kohle bekommen ach das kann ich alles noch nicht machen was kann ich noch kann ich dich eigentlich mit bei super super sprint tornado der super sprint erzeugt einen tornado effekt der objekte in deinen bahn umstößt lol nehmen habe ich noch irgendwo was ne leider nicht gut ich habe was gefunden äh upgrades du hast was gefunden guck mal ich mache mir erstmal kurz noch das hier was waren das bei bonus war das oder bonus überweisungsrate sehr schön sehr schön dann habe ich noch fähigkeiten alles wird gut schreie nicht so die ich aber eigentlich nicht brauche warum investiere ich mein geld in fähigkeiten die ich nicht brauche wie mache ich doch lieber was in den schaden schreie nicht ich bin gerade im menü wie soll ich da was hören ich höre hier überhaupt nichts außer mein klick klick handfeuerwaffe schaden können wir auch machen gesundheit ist auch mit was ist das schön kohle zu haben gesundheitsupgrade 3 so den rest investiere ich in waffen äh was ist mit mir los lol ich habe was gefunden willst du es haben sollen wir bald spielen geh da hinten hin aber ich habe es gefuckt das ist so hobbylos wie der noch rumschreit oh jetzt ist er am boden verpackt oh moment hol du ihn mal hol ihn dir wo ist denn der keine ahnung ich habe den nach oben geworfen jetzt ist er weg wir brauchen was neues zum spielen oh ich habe einen neuen gefunden nicht einen hydranten höher nicht mehr du hast fast bist rad nicht mehr und wo wir können machen maps Warte, ich hab hier was Neues. Guck mal. Wow, das wollte ich nicht. Entschuldigung, lol. Oh, guck mal, wir können ja damit spielen. Das sehen wir wenigstens besser. Wow, wow, wow. Hier. Äh, ich hab das hier gefangen. Ich hab's verkleinert. Hinter dir. Hinter mir? Ah! Wow, Entschuldigung. Ich krieg's noch, warte. Nicht das. Wow! Warten, warten. Ne, äh, wo ist es hin? Hinter dir. Komm zurück, komm zurück! Wo fliegt das hin? Wir haben neue Beschäftigung gefunden. Sensu ist nicht zum Spielen da, sondern zum Ball spielen. Das ist auch Spielen, aber trotzdem. Miau. Scheiße, jetzt hab ich das hier genommen. Äh, wir kriegen Besuch. Oh, warte. Kann man die Kugel wegnehmen? Nö. Moment. Kaputt. Cool! Autos! Ah! Ah! Alter, ich war grad in dem Menü! Ah! Alter! Ah! Ah, Mann! Wow! Tschüss! Wow! Hier, fangen! Okay, lass mal weitermachen. Äh, ich hab hier ne Fackel. Was? Ne Fackel? Klappe. Ich brauch den goldene Schnatz. Wir haben hier ein bisschen die Aliens verärgert. Jo, ich glaub auch. Ein bisschen sehr. Der goldene Schnatz ist noch da? Komm her, Schnatz, komm her. Der ist noch da. Ich verfolg den Grat. Hä, wo ist denn der hin? Der Arsch hat mich gelegt. Schnapp dir die Ratte. Einem Peter verarscht mal nicht. Yeah, sehr schön. Äh, wie war das hier? Jetzt mit dem Waffenladen. Wo ist er? Äh, ich hab Scheiße gebaut, glaub ich. Warum? Einmal weg. Niemand hat... Oh. Warte. Niemand hat... Warte. Niemand hat's gesehen. So. Moment. Achtung. Achtung. Warte. Es lädt auf. War doch das, oder? Nee. Konnte man das denn nochmal aufsammeln? Äh, mit dem Brecherding. Erdbebenteil. Ah! Oli! Hast du Durst? Es ist Zeit für meine Rachedose. Siehst du das Gebäude? Es ist dein Tod!